Du gehst ja nachher dann mit mir. Sala! Achso, gehen wir noch mal. Herbert geht nachher dann mit dem Christoph. Du bist noch gerne? Möchtest du noch mal eine? Remus! Hast du ich gerne schon schauen? Ja, Sarah! Remus, Platz! Wir lassen dich allein! Daher! Remus, Platz! Warten! Schuch! 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 Hey! Mogelkante! Aber jetzt mogel ich mir nicht mal, oder? Nein, das hat man da nicht. Jetzt schon wieder die ganze Sachen nachher. Mit dem Nagel? Ja. Wo da vorne eine Luftballung ist, das sind Nägel. Das man dann nicht vergisst. Nein, lass, dann suchen wir nachher. Okay. Was haben wir nicht? Ja. Ich muss da hin. Super, Sarah. Jawoll! Und jetzt zusammenkönnen nach der Zeit. Das war schon mal, weil du es selber gebaut hast. Weg zu ihm. Das nennen wir uns auch für die Sarah. Das ist die schwachste Übung. Wenn sie es selber gebaut hat. Für mich ist Leiserlach gegangen, weil ich so lange zugeschaut habe. Jetzt habe ich die Füße von mir. Remus! Gott will! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Super! Remus, Remus! Super, Sarah! Remus! Komm her! Gleich weg! Oh! Komm, da, 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 da! Da, da, da! Da, da, da! Jetzt hören wir mal ein Schwindelnest vor, oder? Ah, Remus! Komm her! Remus! Was? Wo sind die Ballis? Nimm's Balli! Da! Gehen wir's! Ihr nehmt's! Hey! Nimm's Balli! Da! Hey doch, Remus! Remus! Nein, der macht so Wurst! Wir haben das gesehen! Platz! Ich gebe mir sowieso Strafminuten. Fast! Oh Gott! Was? Sarah, du hast die Gurke gemacht! Sarah, das ist nicht fies! Das ist eine Vollfahrt! Sarah, das ist eine Vollfahrt! Ja! Wie tun wir denn der Remus? Remus, hopp! Und so Wurst! Nein, Remus! Remus! Sarah, wir können das ja gar nicht beenden, wenn der Ritter tut! 2 Minuten 18! Oh, gut! Sarah, 2 Minuten 18! Sarah, 2 Minuten 18!